Ein schöner Tag in der Stadt Hamburg ist für seine vielen Brücken und Kanäle bekannt Beyaz gemi yolcularını bekliyor. Das weiße Schiff wartet auf seine Passagiere. Eine Gruppe von Freunden fährt mit dem Boot auf dem Kanal. Eine Gruppe von Freunden fährt mit dem Boot auf dem Kanal. Bir römork limanda görev için hazır bekliyor. Ein schlepper wartet dienstbereit am Hafen. Ein schlepper wartet dienstbereit am Hafen. Binalerin arasında geniş bir medan var. Zwischen den Gebäuden befindet sich ein großer Platz. Zwischen den Gebäuden befindet sich ein großer Platz. Jaddi'nin sığında ve solunda güzel Masalar var. An der rechten und linken Seite der Straße gibt es schöne Läden. An der rechten und linken Seite der Straße gibt es schöne Läden. An der rechten und linken Seite der Straße gibt es schöne Läden. Zeytinya, Sirke, Sharap ve Organikölünler alabilirsiniz. In diesem Geschäft können Sie Olivenöl, Essig, Wein und Bioprodukte kaufen. In diesem Geschäft können Sie Olivenöl, Essig, Wein und Bioprodukte kaufen. Einasig Gene is Olivenöl, fluísλεquer biryalgraf. In diesem Geschäft können Sie Olivenöl Organik Ind 하나�er benötigten. Onu ENUseco-linśl digerdam. Im Ruhebenöl, Ezig, Musik Die Hamburger Speicherstadt ist der weltgrößte historische Lagerhauskomplex. Musik 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 Moderne und klassische Gebäude stehen nebeneinander. Musik 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 Artık akşamüstü oldu. Es ist nachmittag. Es ist nachmittag. Es ist nachmittag. Unser Rundgang in der Innenstadt geht zu Ende. Unser Rundgang in der Innenstadt geht zu Ende. Görüşme güzel, bis zum nächsten Mal. Altyazı M.K.